Und wieder zurück sind wir da... Überhaupt. BAM! Ja, danke, danke. Ich weiß, ich habe Applaus verdient. Die 226 müsste das sein und der Himmel ist wieder blau. Ich habe einfach eine ältere Minecraft Version genommen, denn man erkennt es. A new Optifine Version. Ich habe in der neueren Version... Ist aber noch die 1.4.7. Beides jeweils. Habe ich eine andere Optifine Version genommen und vielleicht lag das daran. Jedenfalls sind hier die Dinger Buggy. Und das hier ist glaube ich die zuletzt funktionierende Minecraft Version von allen. Der sieht aber auch sehr freundlich aus hier vorne. Das heißt, jetzt soll das eigentlich funktionieren. Gut, dann graben wir uns... Ne, ich mache jetzt mal das Fundament. Alter, das ist die Todesfalle schlechthin. Nun gehen wir alle weg hier. Das ist Sperrgebiet. Hier wird gebaut. Genau. Zieh die Leine. So. Also Bugs ohne Ende ist auch hier immer noch zu finden. Da frage ich mich echt, wo bin ich manchmal? So. Wir nehmen Rheinstein, ne? Quatsch. Goppelstein. 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 Ich habe aber vergessen, Baumstämme mitzunehmen. Vielleicht können wir einige fällen hier. Vielleicht können wir hier einige fällen. Klar, ich könnte mir auch hier welche reißen. Aber, das will ich nicht. Wir haben irgendwo Bäume in der Nähe. Die müssen wir nur noch finden. Was sind das? Achso. Nicht geladene Chunks. Chunk. Dann sind Bäume. Aber das sind nicht die richtigen. Jawohl, das könnte... Wird das funktionieren? Ich weiß das gar nicht. Mit Fichtenholz habe ich das noch nie probiert. Ich habe auch gar keine... Ja, ich habe Holz im Übermaß. Aber das will ich nicht benutzen. Das ist natürlich auch sehr professionell gemacht. Ähm... Warum das so aussieht? Keine Ahnung. Hier das Ei möchte ich mal loswerden. Da ist so grün und nichts rausgekommen. Blach. 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 Ich bin gerade mal überlegen, wo wir uns ein Holz holen können. Eigentlich will ich diese Natur nicht zerstören. Indem ich jetzt einfach hier einen Baum abbreiß. Kommt, der ist doch so hässlich. Den kann ich doch abnehmen. Nehmen wir den. Pam, pam, pam. So. Gut, das wars. Das sollte auch erstmal reichen. Ach, Holz. Hm, ich bin mir nicht so sicher. Äh, zur Not. 2, 4, 6, 8. Ne, das reicht nicht. Shit. Ich geh nochmal zurück. Weißt du was, damit das nicht zu lange dauert. Trilliskan, Haus, Himmelstor, Konrad, Schachtinsel, Sandmine. Haus. Äh, ne, das war falsch. Hier. Untergrund. Ja, Haus. Punkt. So. Es ist immer schön, einen Teleporter in der Tasche zu haben. So spart man sich einiges Zeit, unnötiges Hintergelaufe. Und genauso. Deswegen habe ich den installiert. So, hier haben wir irgendwo Holz. Und zwar Rohholz. Wir haben ja auch Fichtenholz. Können natürlich auch mit Fichtenholz bauen, aber ich mache das lieber mit Eichenholz. So. Pumm. So. Und da sind wir auch schon. Boah, ich bin so ein dreckiger Cheater. Aber freut euch, jetzt sparen wir viel Zeit. Weil ansonsten wäre ich jetzt immer noch auf dem Weg nach hinten. Und, äh, müsste dann dingsen. Ne? Au. Au. Boah, Alter, was ist denn das da hinten? Uuuh. Ja, genau so sehe ich aus. Och. Geil. Ich muss aufpassen, sonst falle ich in das unendliche Plumpsklo. Ko. Plumpsklo. Und verschwinde dann ins nichts. Auf Gold, wenn die da runter fliegen. Das wäre dann einfach nur Gold. Mist, ich komme doch nicht ran. Ja, das müsste gehen. So. Es wird ein schlichtes, einfaches, ähm, Häuschen sozusagen. So. Schmerz. Mittel. Shit, das wollte ich gar nicht. Da soll Glas hin. so. Das ist ja im Prinzip ist das ein sicherer Durchgang. Ich kann denn hier raus und sofort da rein ins Bett. So, von daher. Guck mal, die freuen sich schon. Was ich hier für sie baue. Und zack. Und zack. So, das ist ein schöner Durchgang. Dann muss ich jetzt nur noch eine Tür bauen. zack. Ist auf jeden Fall schon mal eine Tür mehr im Dorf. Das ist immer gut. Kommt immer gut ran. So. Also, von oben. Äh, ja, das machen wir ganz einfach. Ganz einfach und schlicht. Mit Holz. Äh, so, ne? Ne, so. Ah. So. Hallo. Ja. Auf jeden Fall ein neues Haus für die Bewohner. Und ab geht's. Ich muss natürlich jetzt auch noch eine Treppe runter bauen. Deswegen, du musst leider raus. Ja, am besten hier, ne? Äh, ich muss mal gucken. So. So. Ich muss einmal kurz gucken, weil ich weiß nicht in welche Richtung das geht. So. Ist das so? Da, da, da. Leider muss er auch richtig stehen. Deswegen reiß ich hier ab. Oh, es ist alles dunkel. Ich sehe nichts mehr. Wow. Ich dachte, hier kommt Tagetslicht durch. Ich habe mich gerät. Da, 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 da. Man sieht ja auch gar nichts. Anscheinend bin ich schon außerhalb der Phase. Machen wir mal folgendes. Ich bin ja sowieso jetzt hier jetzt immer eine Weile beschäftigt. Dann kann ich ja hier das schon mal so machen. Ähm. Genau. Hier muss Stein hoch. Das ist eigentlich falsch, was ich mache. Ah, Mann. Ich brauche fünf Arbeiten gleichzeitig hier. Genau. Ich muss echt ein paar Stufen. Ich habe nicht mehr so viele Leitern. Der Lot ist sicher nicht. Da, 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 da. Muss ich halt eben neu machen. Äh. Da hin? Meint ihr das reicht? Bin mir da nicht so sicher. Das könnte sogar reichen. Ich sehe genau so viel wie ihr. Nämlich nichts. Boah. Das hat also keinen Zweck. Warte mal. Ja, ich kann vergangen. Dann sehen wir zumindest ein bisschen was. Ach. Toll, ich könnte auch nicht vergangen. Alter, ich sehe überhaupt nichts. Mensch. Ja, wenn es düster ist, kannst du auch nichts sehen. Machen wir es mal auf hell. Ach, immerhin. Bei YouTube wäre das bestimmt richtig dunkel. Bei YouTube wäre das bestimmt richtig dunkel. Schwarz und weiß. Es ist dunkel draußen. Shit. Habt ihr die Zombies gehört? Naja, hier unten sind wir ja so weit ist kein sicher. Aber Zombies, ich habe keinen Bock auf Zombies. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Zombies sind scheiße. Eieiei, da haben wir aber noch eine Weile zu tun an diesem Abstieg. Und ich würde gerne noch hier viel in dieser Folge schaffen. Aber wir werden nicht so viel schaffen hier. Boah, da oben steigt die Party. Zeig nicht, wir sind ein Paar. Ich habe zu wenig gebaut. Und zwar genau zwei. So, ähm. Lalalala, lala. Ja, die kann ich eigentlich auch gleich direkt umwandeln. So, ey cool, passt. Mehr brauche ich nicht. So. Und wieder nach oben. Das sind glaube ich nur sechs, ne vier Stück die wir brauchen. Also nicht so viel. Lalalalalala. Lalalala. Ich werde mit Werbung zu gespammt auf meinem Kanal. Yeah. Ich liebe das. Das wäre das Thema der nächsten Folge. YouTube Werbung. So. Wir haben einen guten Park. Guten Park. Guten Park. Guten. Guten Park, ja. Grinsen. Angrinsen kann man sich immer gerne. So. Ah. Halt. Ja, ich mach Schluss. Ich mach Schluss. Familie. Bis zum nächsten Mal. Ja, bitte. Tschö. Tschüss.